hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute spielen wir mal nicht starstable also nicht so richtig heute will ich euch eine ankündigung sagen und wenn wir heute um 14 uhr auf server springfrog so ungefähr rum reiten und sowas halt wir werden kein live stream machen vielleicht werden wir ein paar videos zusammen drehen ich hoffe ihr freut euch um 14 uhr und wir treffen uns im westkamp fischerdorf ich hoffe ihr seid dabei und bis zum nächsten mal und ciao